Und ich habe folgenden Text dazu bekommen, währenddessen ich ganz viele Haare in meinem Mund habe und das wirklich ekelhaft schmeckt, aber das ist okay. Es ist für Weihnachten. Boah, Bagger, dieser Bart, ne? Ich habe die Hälfte vom Bart in meiner Fresse, ey. Aber das ist okay, wir ziehen durch. Ich glaube, das ist witzig. Wir ziehen das durch. Oh, Bagger, ich habe so viel Bart in der Schnauze, ne? Aber gut, das wird schon gehen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur zehnten Tür des heutigen Tages. Ne, das war Quatsch. Bagger, ich kriege die Krise mit dem Bart, Alter. Der lenkt mich so ab beim Sprechen. Aber es gehört dazu. Brudi, das kitzelt. Bagger, wie kitzelt das in der Nase? Das geht in meine Nase rein. Juge, das kannst du hier übrigens für Outtakes benutzen, wenn du das willst. Boah, meine Fresse. Warte, Paul, wir machen das besser. Wissen Sie, mir fällt gerade auf, ich habe Ihnen gerade kompletten Quatsch erzählt. Es ist einfach Hokus-Pokus. Wir müssen das nochmal neu aufnehmen. Das hier kannst du nicht nehmen. Warte kurz. Bagger. Ich nehme mir jetzt seit anderthalb Stunden in dieser Kutte auf, ne? Meine Ohren glühen. Mein Mund ist einfach komplett dead. Ich habe nur diese ganzen Haare und Bart im Gesicht, äh, im Mund, ne? Scheiße, Paul, das war ja die Idee. Ist echt ganz witzig, aber leck mich am Arsch. Junge, das ist richtig nervtötend, das aufzunehmen, ey. Boah. Alter, dieser Bart, der rutscht immer runter und ich habe bei der Hälfte, habe ich einfach nur noch Bart in der Fresse und kann nicht mehr reden. Es ist so krass. Der bleibt da einfach nicht, wo er sein soll. Meine Herren. Ohne Scheiß. So hört sich immer der Rest der Folge dann an. Was ein Scheiß, Alter. Paul, ich hasse dich für die Idee. Ich hasse dich wirklich nach anderthalb Stunden aufnehmen. I hate you. Aber hey, das wird schon gut werden. Hoffe ich zumindest. Irgendwie. So. Möchte ich erstmal meinen Bart richtig hinrücken, der ständig und immer wieder einfach runterrutscht, währenddessen ich das hier aufnehme. Und wir glücklicherweise schon am 21. Tag sind, ja, und ich es bald überstanden habe, für Sie diesen Adventskalender zu machen. Und ich habe das hier aufnehme.